Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuten Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder Transfervorschläge für Werder. Und welche Transfervorschläge? Eure. Ich habe bei Instagram mal wieder gefragt, Freunde, schreibt mir doch mal, was sind denn eure Wunschspieler gerade? Natürlich sind da auch Namen dabei, über die wir schon geredet haben, auch Namen, über die wir noch nicht so geredet haben. Ja, ist so eine bunte Mischung, sage ich mal, dabei. Aber komprimiert jetzt auf ein Video. Das heißt, bleibt gerne von Anfang bis Ende dran, denn es sind ganz verschiedene Vorschläge dabei. Und dann könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne eure Transfervorschläge unten in die Kommentare reinschreiben. Und gerne auch mal schreiben, ob ihr eine zweite Folge noch wollt, mit euren Vorschlägen, sozusagen den YouTube-Vorschlägen, die dann hier unten in den Kommentaren stehen. Da mache ich eine komplette Edition nur aus Kommentaren hier von diesem Video, wenn ihr das wollt. Plus vielleicht Ergänzung dann mit meinen eigenen, weil, wie gesagt, das jetzt komplett eure sind. Eine wichtige Sache gibt es immer zu sagen, meine Freunde. Heute hat meine Freundin Geburtstag. Und es würde mich total freuen, wenn ihr ihr einmal gratulieren würdet. Ich werde euch unten mal ihren neuen YouTube-Kanal reinhauen. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinzwitschen und da ein paar Glückwünsche da lassen. Auch ihr Instagram werde ich mal unten verlinken. Und ja, würde sie sich bestimmt sehr, sehr freuen, meine Freunde. Ich fand es übrigens klasse, dass ihr ihm so einen tollen Start gegeben habt bei ihrem ersten Video. Fantastisch. Ich glaube, fast 2000 Leute haben ihr erstes Video gesehen. Wahnsinn. So, und jetzt hier gerne mal ein Däumchen nach oben da lassen, ein Abo natürlich auch da lassen. Und wir fangen an mit dem ersten Spieler. Ein Spieler mit einem wundervollen Namen. Jemand, der die Bundesliga auch schon kennt. Und zwar hat er in der Bundesliga schon 79 Spiele gemacht. Sieben Tore und zwölf Vorlagen. Wir haben schon mal über diesen Spieler geredet. Und es ist auf jeden Fall, oder dieser Spieler ist es auf jeden Fall wert, dass wir nochmal über ihn reden. Denn er steht aktuell auch weiterhin eher als Verkaufskandidat bei seinem aktuellen Verein. Eine Verlängerung ist bei weitem nicht in Sicht. Und auch in der letzten Saison war er ausgeliehen. Ist ein sehr, sehr guter Vorschlag, meiner Meinung nach, aus der Community. Und ich glaube auch, weil wir eben schon mal über ihn geredet haben, dass da viele so gesagt haben, boah, das wäre super, super geil. Das ist bei vielen im Kopf geblieben daher, weil aus der Community wirklich dieser Vorschlag ein paar Mal kam. Und gerade die Spieler, die so öfters genannt worden sind, habe ich hier mit reingepackt. Und das ist jetzt Valentino Lazaro. Und wenn das kein absoluter Meganame ist, Lazaro, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Vertrag hat er nur noch ein Jahr bei Interweiland. Bis 2024. Ein Market von 5 Millionen. 27 Jahre jung. Bestes Fußballalter. 1,80 groß. Und die vergangene Saison hat er beim FC Turin gespielt. 23 Partien gemacht. Drei Vorlagen. Zwei im Pokal. Und da ebenfalls eine Vorlage. Davor die Saison war er in der portugiesischen Liga ausgeliehen. Er hat 18 Ligaspiele gemacht, zwei Vorlagen, sechs in der Champions League, zwei im Allianz-Kampf und drei im Pokal. Und davor die Saison hat er dieses unfassbare geile Tor gemacht. Vielleicht erinnern sich ein paar noch daran. Hier zwei Tore bei Brüssel mit Gladbach. 22 Einsätze. Und zwar dieser Skorpion-Kick. Das ist so hängen geblieben. Das war so geil. Fünf Spiele hat er da auch noch mit Gladbach in der Champions League gemacht. Auch krass. Die Saison 2021 Gladbach noch Champions League. Eine Vorlage und ein Spiel im DFB-Pokal. Ihr seht auch, seine letzte richtige komplette Saison hat er in der Bundesliga gemacht. Und zwar in der Saison 18-19 für Hertha BSC. 31 Partien, drei Tore, sieben Vorlagen. Absolute Allrounder. Kann auch so ziemlich jeder Position spielen. Hat auch schon jede Position gespielt. Komplette linke Schiene, komplette rechte Schiene. Und das ist natürlich für uns Gold wert. Wir brauchen Leute, die flexibel einsetzbar sind in den Außerteidigerpositionen. Speziell, weil wir halt eben unsere Flügelzange ja weiter bespielen wollen. Rechts haben wir eine riesige Baustelle. Weiser ist da absolut gesetzt. Aber wenn er fehlt, haben wir bei einem Aru ein absolutes Fragezeichen. Wer weiß, wann der wieder wirklich komplett fit ist und allen zur Verfügung steht. Das können wir nur mit einem Fragezeichen deklarieren. Und auf der linken Seite suchen wir sowieso noch einen Kandidaten, nachdem er Buchanan abgeben hat. Haben wir nur Jung. Lazaro könnte auf beiden Seiten spielen. Kann aber sogar im ZM, im offensiven Mittelfeld, als hängende Spitze überall gespielt werden. Die meisten Spiele hatte er im rechten Mittelfeld gemacht. 135 Spiele. Und als rechter Verteidiger 48 Partien. Danach kommt linkes Mittelfeld mit 30 Partien. Rechts außen 15 Partien. Zentrales Mittelfeld, 13 Partien. Offensives Mittelfeld, 10 Spiele. Hängende Spitze, 9 Spiele. Übrigens da auch ein Tor, 4 Vorlagen. Und wie gesagt, im rechten Mittelfeld 135 Partien, 16 Tore, 28 Vorlagen. Ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Ich hatte es gerade eben aber auch schon mal gesagt gehabt. Er hat halt auch immer wieder kleinere Verletzungen gehabt. Die ihn so ein bisschen rausgebracht haben. Und ja, das ging jetzt auch beim FC Turin leider so weiter. Da hat er einen Seitenbandriss im Knie. Ist 73 Tage ausgefallen. Und hat dadurch drei Sympathien beim FC Turin verpasst. Die anderen hat er eben gespielt. Beziehungsweise hat er am Ende nochmal eine Verletzung gehabt, die ihn drei Tage rausgebracht hatte. Davor war er fit. Also genau vom 8.1., also im Januar, ist er ausgefallen, bis März. Und dann ist er nochmal vom Ende Mai bis Anfang Juni ausgefallen. Davor war er fit. Bei der Laie bei Benfica ist er von Oktober bis November einen Monat ausgefallen. Also 30 Tage, 28 Tage. Da hat er sechs Partien verpasst. Und ist davor ebenfalls zweimal ausgefallen. Aber da war scheinbar kein Betrieb. Weil da hat er keine Spiele verpasst. Bei Gladbach ist er 33 Tage ausgefallen. Mit Leistenproblemen Saison 2021 und Muskelbündelriss hatte er. 9,5 Tage ausgefallen. Also der hat schon einige Verletzungen hinter sich. Das ist natürlich ein Manko, was man sagen muss. Was natürlich aber auch ein Stück weit den Preis drückt. Jetzt muss man zu dieser Verletzungshistorie dennoch erwähnen, dass er ein Spieler ist, der, wenn er denn eben spielt mit seiner Leistung, natürlich ein absoluter Mehrwert wäre. Und auch wieder eigentlich ein Spieler, der schon in Anführungszeichen zu gut für uns wäre. Aber da muss man ja auch sagen, so war das damals auch bei Toprak, der eigentlich auf Champions-League-Niveau ja auch gespielt hat. Bei Leverkusen, bei Dortmund. Und wie ihn eigentlich nur durch diese Verletzungshistorie bekommen haben. Bei Naby Keita ebenso. Und Lazaro könnte eben auch so ein Spieler sein. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, boah, bei der Verletzungshistorie, da muss man aufpassen. Dennoch möchte ich nochmal betonen, dass trotz der Ausfälle, hat er letzte Saison 23 Partien in der Liga gemacht, plus zwei im Pokal, also 24 Partien. Wenn er 24 Partien bei uns machen würde und zehn ausfallen würde, dann wäre das natürlich immer noch ein Mehrwert in diesen Partien, wo er da ist. Trotzdessen, muss man sagen, können wir uns das vielleicht eher weniger erlauben, noch so einen verletzten, an verliegenden Spieler zu holen. Aber ich fand ihn als Vorschlag wirklich interessant und wollte ihn natürlich hier auch sehr gerne dann mit reinnehmen. Als nächstes haben wir einen Spieler, der gerade in der Bundesliga spielt. Letzte Saison in die Bundesliga gewechselt ist, aber dort eben nur auf fünf Einsätze kam und eine Vorderung gemacht hat. Jemand, der im defensiven Mittelfeld hauptpositionell spielt. 23 Jahre jung ist er. 1,88 groß. Und jetzt kommt's. Kann auch auf der Linksverteidiger-Position spielen. Hat dort auch einige Spiele gemacht. Also mal kurz zu seiner Vita. Kam damals von Dinabo Zagreb. Hat im defensiven Mittelfeld 41 Partien gemacht. Drei Tore, eine Vorlage. Als Innenverteidiger 20 Partien, ein Tor. Und als linker Verteidiger 18 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Wie gesagt, Linksverteidiger und Sechser sind seine Hauptposition. Und ich spreche von Bartol Vranjic, der wie gesagt letzte Saison von Dinamo Zagreb zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, dort aber einfach zu wenig Einsatzminuten bekommen hat. Und mit seinen 23 Jahren ist natürlich absolut wichtig, dass er auf Spielzeit kommt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Durch seinen Vertrag bis 2027 könnt ihr euch schon vorstellen, was hier der Vorschlag ist. Eine Laie. So, könnte uns einfach in der Kaderbreite extrem helfen, weil er sowohl Linksverteidiger spielen kann, dort einspringen kann, aber eben auch auf der Sechserposition hauptsächlich spielen könnte. Eine Verstärkung auf der Sechs. Hat damals bei Dinamo Zagreb absolut überzeugt gehabt. Kommt als großes Talent oder kam als großes Talent zum VfL Wolfsburg und jetzt braucht er halt einfach Spielzeit. Und das ist halt eben vielleicht eher weniger gegeben beim VfL Wolfsburg. Wir sehen auch hier nur zwei Verletzungen, die irgendwie hier genannt ist. Einmal sah er ein Spiel aufgefallen, gar nicht nennenswert. Und einmal sieben Spiele, da hat er erwartende Probleme. Aber das ist jetzt auch nichts Großes. Also klar, aber das ist jetzt kein großer Kreuzpadrisse oder sonst was. Ja, da ist übrigens aktuell gerade der HSV dran bei Bartolz Franjec. Das sollte man oder können wir auf jeden Fall nochmal sagen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er in der nächsten Saison deutlich mehr Spielzeit bekommt als in der letzten. Wie gesagt, der HSV ist gerade dran, möchte ihn auch gerne ausleihen. Aber da steht noch gar nichts fest, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gerade mache. Ich mache das Montagabend gerade, nehme ich das Ganze auf. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten. Der spielt gerade in der MLS und zwar im defensiven Mittelfeld. Und der kann auch rechtzeitiger spielen. Ihr merkt, wieder ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist, dessen Vertrag ausläuft. Und das im Dezember. Ihr wisst ja, MLS-Verträge gehen meistens bis Dezember. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Ist 28 Jahre jung, hat einen Marktwert von 3 Millionen, was, ich sag mal, überschaubar ist. Und hat in der aktuellen Saison 15 Einsätze in der MLS gehabt, 7 im Pokal, 3 in der Playoffs. Und in der Vorsaison kam er auf 32 Partien, 2 Tore und 4 Vorlagen. Als defensiver Mittelfeldspieler hat er 126 Spiele gemacht, 14 Tore und 8 Vorlagen. Als rechtzeitiger 19 Spiele, als rechtsmittelfeld 9 Spiele. Linkes Mittelfeld 9 Spiele und linker Verteidiger 7 Spiele. Also er ist brutal flexibel einsetzbar, um das auf gut Deutsch zu sagen. Hat eine Erfahrung von 240 MLS-Spielen, 17 Toren und 20 Vorlagen. Und spielt bei L.A., Los Angeles spielt er. Interessanter Mann, ist auch schon 28 Jahre jung geworden, muss man sagen, vor der Woche. Im besten Fußballeralter, könnte eben wieder eine flexible Verstärkung sein. Das heißt, sowohl auf der 6 als auch auf beiden Außerteidiger-Positionen könnte uns ein Acosta verstärken. Kellen Acosta, der Mann, der in Texas geboren ist. Die Frage ist hier natürlich, A, könnte er sich so einen Auslandswechsel jetzt nochmal vorstellen? Und B, würde L.A. ihn auch abgeben? Er hat halt nur noch einen Vertrag für ein halbes Jahr. Das macht ihn wahrscheinlich nochmal ein Stück weit interessanter. Weil man da einfach sagen muss, da kannst du meistens diese Spieler ein bisschen besser oder günstiger bekommen. Besser ist natürlich immer so eine Sache, aber günstiger auf jeden Fall bekommen. Und er spielt auch, ist damals von Dallas, ne doch, von Dallas Academy zu Dallas' ersten Mannschaft gewechselt. In der Saison 18, 19 von Dallas zu Colorado gewechselt. Gewechselt, Ablöse kennt man nicht. Und von Colorado ist er in der Saison 21, 22 zu L.A. eben gewechselt. Also hat eigentlich immer weiter einen Sprung nach oben gemacht sozusagen. Für 1,3 Millionen ist er dann dahin gewechselt. Und zählt eben auch eigentlich zum Stammspielerkreis. In der aktuellen Saison ist er zu, ich sag mal, 52 Prozent Stammspieler. Zumindest so, wie es hier steht. Also könnte natürlich auch daran liegen, dass er ja eventuell wechseln könnte. Unser nächster Spieler, den wir jetzt gerade hier haben, ist 24 Jahre jung, hat einen Marktteil von 2,5 Millionen und spielt aktuell in der 2. Bundesliga. Allerdings gibt es hier schon einige Konkurrenten. Der VfB Stuttgart, West Ham und Fulham, sowie Eidrat Frankfurt, sind alle an ihn interessiert. Und er wurde auch jetzt im Sommer erst fest verpflichtet. Darum nehme ich ihn trotzdem rein als Vorschlag. Er war letzte Saison schon in der 2. Liga, war aber ausgeliehen von Kawasaki Front sowieso. Und wurde für eine Million, ich glaube, per Kaufoption verpflichtet von Fortuna Düsseldorf. Und vielleicht können sich jetzt schon ein paar vorstellen, um wen es hier geht. Und zwar um Tanaka, der in der vergangenen Bundesliga, also Zweitligasaison, 22 Partien hat. Er hatte ein Tor, eine Vorlage, ist da aber absolut aufgefallen. Er kann im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, links Mittelfeld und rechts Mittelfeld spielen. Also Mittelfeld total flexibel einsetzbar. Um das Ganze mal genauer zu sagen. Ist mit 24 Jahren, wird jetzt 25, natürlich auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Wo noch Entwicklungsfähigkeit da ist. Und hatte in der letzten Saison zwei Verletzungen gehabt, sonst hätte er auch noch mehr Einsätze gehabt. Ich habe euch die Verletzungshistorie jetzt hier auch mal aufgemacht gehabt. Innenband riss im Knie, was extrem bitter war. Da sind sieben Spiele ausgefallen, von April bis Juni im Prinzip. Hat aber jetzt direkt beim ersten Spieltag auch wieder gespielt. Also trotz der langen Ausfallzeit jetzt, am Ende der Saison, hat er dann nochmal lange gespielt. Dadurch hat er sieben Spiele verpasst und drei Spiele eben als Kapselverletzung. Und die anderen Spiele hat er halt gemacht. Also ja, sehr, sehr interessanter Mann. Flexibel einsetzbar im Mittelfeld. Besonders auch im zentralen Mittelfeld. Wäre auch eine Überlegung. Also ihn als Spieler, wie gesagt, hat einen Markt von zweieinhalb Millionen. Ist die Frage, ob Düsseldorf ihn ziehen lassen würde. Ich glaube aber, wenn die Summe passt, dann könnte man ihn auch ziehen lassen. Die Frage ist nur, welche Summe passt denn? Also bei den ganzen Interessenten. Ich hatte jetzt hier auch mal was gelesen gehabt von zwischen zwei und drei Millionen. Ob das aber so stimmt, dass man hier wirklich für zwei bis drei Millionen gehen kann, sei mal dahingestellt. Also da machen wir mal ein Fragezeichen dran. Dennoch gibt es auf jeden Fall einige Gerüchte, dass auch weitere Bundesligisten an mir interessiert sind. Also vielleicht gibt es ja auch rein theoretisch schon ein Werderinteresse. Es könnte zumindest sein, dass das existiert, sage ich mal. Und damit kommen wir zum nächsten Spieler. Ein Spieler, der zuletzt, oder wir haben zuletzt über ihn geredet, als Culture Berlin über ihn gesprochen hat. Die haben den nämlich als Sechser vorgeschlagen. Und das war für uns alle, glaube ich, auch ein sehr interessanter Spieler. Und zwar Angelo Stiller. Ein Sechser, der auch einiges am Ball kann, aber eben auch als Zerstörer fungieren kann. 22 Jahre, das heißt noch extrem viel Entwicklungspotenzial nach oben, hat trotz dessen schon ein Marktwert von fünf Millionen. Man liebäugelt immer wieder mit einem Abgang Richtung Stuttgart. Allgemein ist er ein Abgangskandidat von ihm selber aus. Also er möchte einfach aufgrund von Spielzeiten wechseln. Oder das gab es zumindest jetzt mehrmals als Gerücht auch, dass Stiller gehen könnte aufgrund eben der Spielzeit. Und das wäre für uns natürlich ein sehr, sehr interessanter Mann, muss man sagen. Und da muss man auch so ein bisschen sagen, wenn wir wirklich in so eine Preisregion gehen, vier, fünf Millionen für den Spieler zahlen, dann natürlich gerne für jemanden wie Angelo Stiller, der auch noch Entwicklungspotenzial nach oben hat. Das heißt, der eventuell diese Ablöse auch wieder reinbringen könnte, zum einen das. Und zum anderen, ja, er ist halt eben 22 Jahre jung und hat schon einiges an Bundesliga-Erfahrungen, die er mit sich bringt, muss man so sagen. In der ersten Bundesliga-Saison hat er 26 Partien gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen, drei im DFB-Pokal. Und jetzt in der letzten Saison hat er eben 20 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Wie gesagt, wesentlich mehr, also tausend Spielminuten weniger gemacht und möchte jetzt eben wohl wechseln aufgrund von wieder mehr Spielzeit. Was man da durchaus verstehen kann. Für mich ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Und Angelo Stiller wäre auch so jemand, wo du wieder sagen kannst, kannst du sowohl in unserer eigentlichen Formation 3-5-2 als alleinigen Sechser hinter zwei Achtern spielen. Kannst ihm aber auch in dieser neuen Formation im Zweier-Mittelfeld sehr gut spielen, als eben so eine Art Zerstörer, der aber auch einiges am Ball eben noch kann. Also Stiller für mich ein sehr, sehr interessanter Mann. Und dann kommen wir zu den letzten 1, 2, 3, 4 Kandidaten, die wir jetzt nochmal durchgehen. Und da muss man sagen, haben wir über alle, nee, über drei von vier haben wir schon mal gesprochen. Oder haben wir über vier sogar gesprochen? Das weiß ich gar nicht. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Erstmal würde es mich freuen, wenn ihr an der Stelle, wenn ihr noch dran seid, immer noch reinschreibt, Hashtag binnochdabei. Und einfach mal, wie gesagt, vielleicht auch eure Transfervorschläge, Transferwünsche reinschreibt, ob ihr auch einen zweiten Teil davon wollt. Ich glaube, als Werder-Fan oder auch allgemein als Vereins-Fan, ich finde es auch cool, wenn das andere machen. Das sind so Videos, die gucke ich mir selber privat auch an, so Transfervorschläge, weil man immer dann auch so guckt, ja, den Spieler finde ich vielleicht auch interessant, dem vielleicht weniger. Bitte seid auch respektvoll, das sind alles Vorschläge aus der Community selber. Und auch wenn ihr zum Beispiel den Spieler nicht so gut findet, könnt ihr das ja sagen, aber eben trotzdem cool dabei bleiben. Versteht ihr, was ich meine? Also eben nicht jetzt sagen, ja, bla, bla, weiß ich nicht. Da fällt mir auch nochmal kurz ein, sorry, mein Handgelenk hier rutscht immer runter, also hier meine Hand, die Kette, Armband, ihr wisst, was ich meine. Deswegen mache ich immer so, dann geht das nach vorne. Auf jeden Fall, wie lange ich mich aus der Fassung bringen kann, also ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, ich bin übrigens heute, wenn ihr da steht, abends auch noch live um 21 Uhr wieder mit Knife, der Fußball-Talk mit Felicio. Und wir haben zu Gast Splash-Bruder, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, super, super interessanter Gast, wird mit Sicherheit eine lustige Runde werden morgen zu dritt, also für euch heute sozusagen. Dienstag 21 Uhr auf YouTube, Knife, der Fußball-Talk, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Spieler und das ist ein Spieler, der aktuell immer noch vereinslos ist. Da gab es zuletzt zwei Gerüchte, einmal Schalke, das ist schon was länger, und Eupen soll wohl auch interessiert sein, kam zumindest mal als Gerücht vor. Aktuell ist er aber noch vereinslos und daher auch wieder vorgeschlagen worden, weil er natürlich eine Sofortverstärkung wäre für eine, ja ich sag mal, Kaderbreite. Kann eben auch auf den Außenverteidiger-Positionen eingesetzt werden, also auf unseren Außenbahnspieler eingesetzt werden als Einwechselspieler. Wenn du eben nochmal eine offensive Option brauchst, kann aber auch in der Doppelspitze vorne eingesetzt werden. Ich musste aber auch wirklich sagen, also weil der, das war die Nachricht, die dabei stand bei Koulibaly, er wurde ein paar Mal vorgeschlagen. Aber einer hat halt geschrieben, kann auch hier auf den Außenverteidiger-Positionen, ich verstehe, was er meint. Als Schienenspieler, als offensiven Schienenspieler, so eine Art Weiser-Funktion, der einfach nach vorne ackert, ja, bin ich dabei. Defensiv bin ich eher weniger dabei bei Koulibaly. Dennoch, ja, als Außenspieler mit Tempo, trickreich, 22 Jahre jung, extrem viel Potenzial nach oben und auch als Einwechsler für die Angriffspositionen, finde ich ihn auch sehr interessant. Muss ich auch sagen, da wäre das ein Spieler, den man durchaus holen könnte und wie gesagt, RM und LM hat er ja auch schon 15 und 10 Spiele gemacht. Also er kann das ja durchaus. Wie gesagt, die komplett verteidigende Position müsste man gucken, aber erinnert euch daran, was Jürgen Klub schon damals gesagt hat. Gib mir als Außenverteidiger einen Offensivspieler, dem ich verteidigen beibringen muss, anstatt einem Verteidiger, das Angreifen beibringen muss. So, und damals hat er das übrigens zugetroffen auf Piszczek bei ihm. Ja, also warum nicht auch mit Koulibaly sozusagen, das wäre doch was. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, bei dem wir schon ein paar Mal geredet haben. Kann ich verstehen, dass er als Vorschlag nochmal gebracht wird. Muss man mal sehen. Vielleicht als Kaderbreite-Spieler, da wo wir ihn sowieso ja auch verstärken wollten und eben als Einwachservariante. Vielleicht geht am Ende auch noch Bürg, dann wäre so ein Koulibaly schon was sehr, sehr Interessantes. Jetzt müssen wir zu jemandem kommen, der durchaus, ja, wie soll ich das sagen, ein Name ist, der seit Tagen, seit Wochen jetzt rumgeistert bei uns in den Vereinskreisen. Und wo diese Woche noch eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen werden soll. Zumindest aus Leverkusener Kreisen hat man das gehört. Rolfes hat das nämlich in einer Zeitschrift gesagt, dass nächste Woche, also diese Woche, eine Entscheidung getroffen werden soll. Bis jetzt gab es noch keine, also bis zum heutigen Abend zumindest. Kann natürlich sein, dass sich das auch verändert. Morgen, Tagesverlauf oder allgemein in der Woche wird sich das wahrscheinlich verändern nach der Ankündigung. Aber Nadim Amiri ist weiterhin ein sehr, sehr großer Wunschspieler von vielen. Sehr, sehr viele haben reingeschrieben gehabt, Amiri muss zu Werder kommen, Amiri bleibt ein Wunschspieler. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir wirklich mit diesen Zweier-Mittelfeld spielen, da muss man schon sagen, wäre Amiri schon eine sehr, sehr interessante Lösung. Ganz, ganz klar, muss man wirklich sagen. Wenn Niklas Schmidt uns am Ende wirklich zu Toulouse verlassen sollte und man dafür zum Beispiel einen Nadim Amiri bekommt, ist das schon ein Brechertransfer. Zumal du ihn, wie gesagt, sowohl vorne bei den Dreiern auch spielen kannst, also als hängende Spitze hinter den Stürmern, aber eben auch im Zweier-Mittelfeld spielen kannst als dann offensiven Allrounder-Part. Er ist auch ein Allrounder, also er arbeitet ja auch mit nach hinten. Ich würde schon durchaus sagen, dass er offensiv mehr Qualitäten hat als defensiv. Dennoch ist er ein Allrounder und man kann ihn schon auch als Achter bezeichnen. Also in einer Doppel-Acht kann ich mir durchaus auch Nadim Amiri vorstellen, wenn der Gegenpart ein Stück weit defensiver ist. Aber nehmen wir jetzt mal an, man spielt in einem Spiel, wo man wirklich auch knallhart nach vorne spielen will. Und du hast als Beispiel einen Keita, der wieder fit ist. Und das mit Doppel-Mittelfeld wäre Keita und Amiri. Und davor in einem Dreiersturm, Kovnacki, Völkuk, Duxch, das wäre schon ein Brecher. Wäre vielleicht ein bisschen offensiv, aber gut, die Variante wird ja einstudiert. Selbst wenn wir sagen, Amiri, Keita und Stay und dann vorne Duxch und Völkuk oder vielleicht auch Völkuk und Kovnacki, kann ja auch sein. Das wäre schon knallhart. Also da bin ich voll dabei. Für mich auch weiterhin absoluter Wunschspieler. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn Nadim Amiri am Ende wirklich zu uns kommen würde. Jetzt kommen wir zu dem Spieler, wo aktuell gerade Schalke und Hertha sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen, weil keiner die drei Millionen Ablöse zahlen will und kann. Und wenn ich dann überlege, dass wir angeblich Richtung fünf Millionen bieten wollten für Balotouré, sage ich auch, dann lieber drei Millionen für Michael Karbovnik oder Michel Karbovnik, der zum einen Kovnacki schon sehr, sehr gut kennt, weil er letzte Saison zusammen mit ihm bei Düsseldorf gespielt hat. Drei Millionen Markfield hat, 22 Jahre als jung, ist extrem viel Potenzial noch, hat bereits, wie gesagt, in Deutschland gespielt bei Düsseldorf und dafür drei Millionen Brighton verlassen. Aktuelle Hauptinteressenten sind Hertha und Schalke. HSV hat den sogar auch noch auf der Liste. Er hat in der vergangenen Saison in der zweiten Liga 26 Partien gemacht, ein Tor und fünf Vorlagen und kann linkserteiliger, rechtserteiliger, linkes Mittelfeld, rechts Mittelfeld und auch als Sechser kann er eingesetzt werden und auch im Zentralmittelfeld. Also absolut flexibel, einsetzbarer Typ, auch unterschiedlich. Also zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht, einer der drei Klubs hier wollte ihn gerne auf der Sechs verpflichten. Ich glaube, Hamburg würde ihn gerne auf der Sechs verpflichten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beim HSV war. Also einer von den dreien wollte ihn auf der Sechs verpflichten und die anderen beiden als Außenseitiger, wie gesagt, ist halt ein flexibel einsetzbarer Spieler. Es kann auch härter sein, den er auf der Sechs, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann man da nur sagen, sausau interessanter Spieler, solange er noch nicht nirgendswo gewechselt ist und alle drei hier diese drei Millionen nicht zahlen wollen und nicht zahlen können, bleibt das für uns auch ein sehr interessanter Spieler und ich würde mich sehr freuen, ihn zu verpflichten oder ihn dann bei Werder zu sehen in dem grünen Trikot. Dann kommen wir auch schon zum letzten Spieler des heutigen Tages und das ist ein Spieler, wo wir auch wieder so ein bisschen auf die Verletzungshistorie blicken müssen. Er war jetzt länger nicht verletzt, muss man ganz klar so sagen. Er hat eine Muskelverletzung, wo er 35 Tage ausgefallen ist. Zuletzt gehabt in der Saison 21-22, ist also auch schon zwei Jahre her und hatte eine Knie-OP in der Saison 17-18. Das war seine längste Verletzung, da ist er 87 Tage ausgefallen. Ne, 91 Tage seit 2014, 2015 ausgefallen. Aber gut, das ist schon sehr, sehr lange her. In den letzten zwei Jahren hatte er keine große Verletzung, hat trotzdessen einfach viel zu wenig gespielt, muss man sagen und hat einen riesen Namen, aber wird dem Namen jetzt in Anführungszeichen nicht mehr in dem Sinne gerecht, dass wir sagen müssen, boah, der ist aber vier Stationen zu groß für Werder, weil es gibt gar keine Interessenten aktuell. Er hat in der letzten Saison nur drei Spiele für den AC Milan gemacht, 39 Einsatzminuten, was einfach viel zu wenig ist, obwohl er fit war. Und auch in der vorigen Saison in der Serie A hat er 14 Partien noch gemacht, ein Spiel im Pokal und drei Spiele in der Champions League. Und davor die Saison, 20-21, hat er noch 32 Ligaspiele in der Serie A für Neapel noch gemacht, sieben in der Europa League, vier im Pokal und ein im Supercoppa Italia. Und jetzt muss man sich mal überlegen, dann ist er von Neapel, ist er gewechselt zum AC Milan nach dieser Saison, die ich gerade eben gesagt habe, beziehungsweise er war bei Neapel, hat ihn ausgeliehen von Chelsea, ist praktisch von Chelsea dann zu Milan gewechselt. Per Laie, dann am Ende nach der Laie zurückgekehrt zum FC Chelsea und dann ablösefrei, jetzt in der letzten Saison, ablösefrei gewechselt und aktuell vereinslos. Also um das Ganze nochmal genau aufzuräumen, ihr seht es hier, letzte Saison noch an den AC Milan verliehen gewesen und dann kam eben das Laie Ende und sein Vertrag bei Chelsea ist halt ausgelaufen und jetzt spielt er eben gerade für niemanden. Also war sogar vertraglich noch eigentlich beim FC Chelsea gebunden, darf jetzt ablösefrei wechseln und es gibt aktuell noch keinen größeren Interessenten. Es ist ein Spieler, Bakayoko, Sechser, der unfassbar gute Spiele schon hatte. Wenn er an diese Leistung wieder rankommen könnte, wäre das ein absoluter Mehrwertspieler, hat aktuell nur noch einen Markt von 2,5 Millionen, kriegt man den wieder in die Topform rein, dann ist das ein absoluter Brechertransfer mit auch einer riesen Strahlkraft, muss man sagen, mit 28, upala, kann man auch sagen, wenn der nochmal eine richtig gute Saison spielt, dann ist der nächstes Jahr auch wieder weg, also dann haben den auch wieder mehr Vereine auf dem Zettel. Aktuell ist das nicht so, weil Chelsea hatte ja damals 6 Millionen verdient, hat aber allerdings für den AC Milan schon erheblich auf Gehalt verzichtet, soll da wohl jetzt in der vergangenen Saison, hatte ich gelesen gehabt, gab es wohl einen allgemeinen Gehaltsverzicht, sonst wäre das Ganze gar nicht zustande gekommen und da soll er wohl Richtung 2,5 bis 3,5 verdient haben. Ja, er wollte halt wieder mehr spielen, möchte er eigentlich immer noch, also das, was man zuletzt gelesen hat, ist, dass er wieder spielen möchte. Wenn er wieder dazu bereit ist, für mehr Spielen auch ins Gehaltsgefüge einfach reinzupassen, dann würde ich sagen, Werder ist ein interessanter Mann auf der 6. Bei allem anderen wahrscheinlich eher nicht, aber man muss ja auch sagen, wir sind ja immer auf der Suche nach so Dellen-Spielern, könnte demnach also ein interessanter Mann für Werder sein. Ich muss da mal ein großes Fragezeichen machen, weil, wie gesagt, zum einen würde er auf dieses Gehalt verzichten und zum anderen kann man ihm wieder in die Topform bringen. Das sind zwei große Fragezeichen, die man dann klären müsste vorher. Naja, das ist auch das Ende des Videos, meine Freunde. Ich hoffe, euch haben die Transfervorschläge gefallen, alle aus der Community gekommen. Vielen lieben Dank auch an alle, die ihre Vorschläge reingeschrieben haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Namen wir jetzt genau hatten. Es sind auf jeden Fall einige und ja, ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Gratuliert sehr gerne meiner Freundin zum Geburtstag. Ich bin jetzt erstmal raus, euer Nico und ciao.